Grüßt euch Leute. Willkommen hier zu einem neuen ASMR Video. Und ja, heute hatte ich mal wieder ein bisschen Zeit und Lust natürlich auch ein neues Video für euch zu drehen und zwar ein ganz normales ASMR Video, wo ich ein paar Trigger für euch mache, damit ihr vielleicht einschlafen könnt. Das sind so Standard Trigger, wo bestimmt irgendwas für jeden, was dabei ist. Und ich dachte mir für dieses Video, mache ich mal den Pop-Shots ab. So, da ist der Sound auch etwas klarer. Hört man denke ich mal raus, oder? Hatte ich irgendwie voll lange nicht mehr. So, einfach ohne Pop-Shots. Hört sich auch ganz cool an mit dem Gitter. Und womit fangen wir heute mal an? Ich dachte mir, wir fangen einfach mit... ähm... Ich hab Lust auf Brushing. Komm. Wir fangen heute mal an mit Brushing. Alles natürlich von meiner Mutter geklaut, weil ich natürlich so ich Bündel selber nicht habe. Ich höre jetzt schon dieses... Also auch dieses Pusten von mir. Ich versuche heute etwas sanfter zu sein. Also etwas langsamer. Ich hoffe, der Pinsel hört sich ganz gut an. Ich hoffe, der Pinsel hört sich ganz gut an. Ich hoffe, der Pinsel hört sich schon an. Ich will dich zweif jest in der Funktion. Ich gehe jetzt also aufberen... ... und 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 w陳 und 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 auch und 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 Okay. Könnt ihr natürlich auch etwas auf den Pinsel hier tappen. Ups. Ich bin jetzt auf den, der Platz und der Platz auf den Pfeil ist. Ich bin jetzt hier in die Seite verspakt, Allerdings kommt das eine Menge mit dem Hügel, und ist ein ein bisschen zu Hause. Die Schlüssel haben die Hügel, die Hügel vom Hügel, die Hügel�abeth es macht. Und zwar ist die Hügel, also ist das die Hügel, die Hügel bei der Hügel zu tun, also ist das der Hügel es sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Achtung! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, kommen wir jetzt zum heutigen letzten Gegenstand. Ich habe auch wieder von meiner Mutter geklaut. Und zwar einer ihrer Bürsten. Ja, da dachte ich mir, mache ich mal ein paar Geräusche damit. Oh, mir fällt auf. Das ist grün. Ja, okay, das ist etwas heller als meine Greenscreens hier. Ich hoffe, das klappt irgendwie. Okay. Okay. Das ist grünen. Ja, ja. Das war's für heute. Okay. Das hört sich leider nicht gut an. Was ich mir noch dachte... Manche machen das ja mit langem Haar. Da ich jetzt hier kein langes Haar bedacht ich mir, mache ich das mit einem Pinsel. Natürlich. So, ich habe jetzt noch ein paar Hände. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, ich würde sagen, das war es dann für dieses heutige Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung und über einen Kommentar freuen. Ich hoffe, ich konnte euch damit vielleicht entspannen oder zum Einschlafen bringen und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Gute Nacht.